Herzlich Willkommen hier in Rendsburg im Modehaus Edisivas. Es freut mich, dass Sie Interesse zeigen an unserem Unternehmen. Heute haben Sie die Möglichkeit, mal bei uns hinter die Kulisse zu schauen. Jetzt wollen wir Ihnen mal zeigen, was hier bei uns alles so los ist. Ein gutes Modehaus macht heutzutage eine angenehme Atmosphäre aus. Textilien, Schuhe, Bekleidung kriegen Sie überall auf der ganzen Welt. Für uns ist es wichtig, dass der Kunde sich bei uns wohlfühlt, dass er sich aufgehoben fühlt, dass wir uns um ihn kümmern, dass er nachhaltig mit dem Produkt zufrieden ist und sich nicht über den Tisch gezogen fühlt. Edisivas ist seit 1870 in Rendsburg am Markt, als eines der großen traditionellen Modehäuser in Schleswig-Holstein, bei denen Sie sich komplett einkleiden können. Kinder, Erwachsene, Ältere, Jüngere, alle finden bei uns was in sehr vielen Konfektionsgrößen. Wir sind Modeanbieter vieler namhafter internationaler Markenhersteller. Bei uns finden Sie im Grunde genommen alles, was Sie brauchen, um sich vernünftig, modern, modisch zu kleiden. Unsere Abteilungsleiter oder unsere Einkäufer sind permanent im Grunde genommen unterwegs und auf der Suche nach neuen Trends. Bei uns finden Sie wie gesagt einen Mix aus dem, was gerade angesagt ist, aus dem, was man permanent braucht. Das klassische einfache weiße T-Shirt gibt es bei uns natürlich auch von verschiedenen Herstellern. Ebenso die ausgefallenen Artikel, die man aus den großen Modezeitungen kennt, gibt es natürlich auch bei uns, wenn sie dann angesagt sind. Unser größtes Augenmerk liegt natürlich auf der persönlichen Beratung des Kunden. Unser Sortiment ist sehr groß. Wir führen über 250.000 Artikel, haben wir permanent bei uns am Lager. Da ist es manchmal nicht ganz einfach, sich dort hier alleine zurechtzufinden. Und somit haben wir geschulte Mitarbeiter, die ihnen gerne dabei helfen, das passende Teil zu finden. Also ich fand das sehr informativ. Ich kaufe hier ganz viel ein und fand es mal informativ, so hinter die Kulissen zu gucken, zumal jetzt der Umbau ja geschehen ist und das sich ein bisschen anders darstellt als vor einigen Jahren. Wunderbar hier, wunderbar. Die Investition hat sich gelogen. Das muss ich sagen, das ist ein Gewinn für Rendsburg. Es hat mir sehr gut gefallen. Es war sehr interessant. Ich habe vieles Neue gesehen. Ich hatte mir den Neubau auch noch gar nicht so genau angeguckt. Es darf wiederholt werden. Und Empfehlung für andere Betriebe. Mal wiederholt, ich habe das andere. Ich habe vieles Neue gesehen. Ich habe wir für heute zu sehen, dass es euch noch ein paar Dinge verdenutend war. Ich habe es noch ein paar Tage, wenn wir wiederholt werden. Ich habe es noch nicht so gut gefallen. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht so gut gefallen. Ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht so, dass wir in der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020